Das ist ein Leiterwagen, okay? Das ist eine Flugambulanz und das ist ein Wasserwerfer. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Moin Leute und willkommen zu einem Video der schlechten Unterhaltung. Ich habe bereits schon ein Teil aufgenommen, allerdings ist mir dann im Videoschneiden aufgefallen, dass ich ein schwarzes Bild habe und somit darf ich jetzt ein Neues aufnehmen. Diesmal sehe ich auch, dass ich ein Bild habe. Ich weiß nicht, warum ich das letztes Mal nicht gesehen habe, aber gut. Im letzten Video hatte ich zwei Anrufe richtig beantwortet, also echt schön und gut beantwortet und da hatte ich auch hier neue Bereiche gekauft. Ich habe momentan noch zwei Punkte übrig. Davon könnte man ja mal schauen. Ich meine vielleicht, boah, ist das komisch. Das und das. Ich meine, dann habe ich die zwei Punkte verbraucht und habe ein kleines Gebiet dazu gekauft. Müsste eigentlich, ja, null verfügbar. Zwei habe ich verbraucht. Ist okay. Okay. In der letzten Folge hatte ich auch noch die E-Mails kurz vorgelesen und zwar gab es da eine schöne oder eine interessante. Die werde ich euch auch kurz zeigen, wenn... Ja, perfekt. Dann kann ich euch die mal kurz zeigen. Und zwar... Neue Fahrzeuge verfügbar. Ein Feuerwehrquad, Polizeifahrrad, Polizeifährt, Polizeipickup. Finde ich interessant. Also wenn ich jetzt hier auf neue Einheiten gehe, dann sieht man hier, dass wir eindeutig einiges haben. Ja. Ich meine, ist halt die Frage, wofür man... Also Fahrräder sind halt nicht so schnell. Und man sieht halt, Pickup 120, 45, 35... Ja, so ein Streifenwagen schafft schon mal 150. Das ist schon... Ach, das Motorrad ist schneller, deswegen... Ah, okay. Ja, gut, egal. Ähm... Ja, ich kaufe dieses Mal erstmal nichts Neues, weil ich will von den Fahrzeugen eigentlich nichts haben. Wenn dann will ich richtige Autos haben. Aber gut. Ähm... Wir starten einfach mal direkt. Ah, geh weg. Kusch dich. Und, ähm... Ja, klar. Der erste Einsatz ist ein Motorradunfall. Ja, weil es ja... Weil wir ja sonst nichts anderes zu tun hätten, würde ich sagen. Jetzt... Eben habe ich mich schon beschwert, dass mir das Spiel extrem viele Sachen auf den Hals setzt. Aber gerade fängt das schon wieder gut an. Ja gut, was das? Das ist seltsames Verhalten. Okay. Ja, die sind ja zu viert im Wagen. LOL, ich habe mittlerweile ein Heli. LOL. Ich habe jetzt einen Motorradunfall. Loll. LOL. Hier habe ich einen Wasserwerfer der Polizei. Anscheinend soll das eine Drehleiter darstellen. LOL, ist das... Was gibt das hier alles für Fahrzeuge? Ist ja genial. Das ist ja echt lustig. Damit hätte ich echt nicht erwartet. Komm, schicken wir mal den Wasserwerfer hin. Und... Ja, den... Und die Drehleiter. Hoffentlich bleibt dieses Mal kein Fahrzeug stecken. Aha. Ja, komm, dann kommst du da hin. Pfeil von der Treppe. Okay. Und jetzt laden die den in den Heli ein? Oder wie verstehe ich das? Rettung zur Basis. Bereit für Aktion. Ah, geil. Achso, warum will ich da eigentlich... Warum will ich da eigentlich die Feuerwehr hinschicken? Das... Ja, manchmal tut auch Dummheit weh. Ah, herrlich. Operator, auf der Weg. Wir brauchen die Polizeibeamte. Wir sind hier fertig. Ähm, momentan sieht das relativ gut aus. Ah, die benötigen eine Polizeieinheit. Okay. Dann können wir die jetzt dorthin stecken. Ähm, zwei neue Ereignisse. Okay. Und das ist Suche nach vermisster Person. Oh, Mann. Roger. Hier geht gerade echt gut was ab. Roger. Nein, ich will den Heli nicht schicken. Ich will den Wagen schicken. Tatort? Okay. Warum brauchen die dann Mediziner? Die sind doch dann wahrscheinlich eh schon tot. Nein, Spaß. Ähm. Wir haben irgendwo noch einen Polizeifall. Hier. Dann können wir den dorthin schicken. Er ist... Ja, moin. Ist klar. Ähm. Fahrrad... Fahrradbesitzer? Was sagten wir denn? Fahrradbesitzer? Naja, der erste Anruf. 112, was ist deine Erdbeerung? Ähm, hallo. Also, ich habe eine Erdbeerung. Wo sind Sie, Herr? Ich bin... 2435-Aktion. Ich bitte helfe. Was ist passiert, Herr? Ähm. 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 An accident. Well, ähm. Send an ambulance, please. What kind of an accident? Uh, light bulb. Um. Me and my partner, we, uh, played with a light bulb. Uh, we experimented. Were you struck by electricity? Nope. Uh, played as in, uh, uh... Well, did it break? Are you injured? My pride is hurt. And it's not really, well, comfortable. Do you have a car? Yes, I do have a car. Could you ask someone to drive you? Well, I, I, I could. But is it safe? I don't really feel like going anywhere without medical supervision. Alright, okay. It sounds serious. I'm sending an ambulance. Try not to move too much, alright? Jeez. Thanks. Hurry up, please. Ready for a car? Yeah, gut. Ich mein, was soll ich machen? Soll ich den jetzt fahren lassen? Oder soll ich den Krankenwagen schicken? Ich mein. Na ja. Ähm. Suche nach vermisst der Person. Die Arbeiten das hier schön ab. In pursuit. Ja, gut. Ähm. Die sind auf jeden Fall beschäftigt. Die brauchen anscheinend auf jeden Fall den Krankenwagen. Polizeieinheit benötigt. Ja, gut. Ähm. Ähm. Äh? Was wird denn da benötigt? Anscheinend nur ein Abtransport. Ach, der Wasserwerfer darf das? Kann das nicht? Okay. Okay, interessant. Äh. Äh. Äh, gut. Irgendwie war das ja zu erwarten, dass der Wasserwerfer jetzt keinen transportieren kann. Aber gut. Ja. Muss man ja keinem verraten. Hä? Hier sind zwei neue Fälle. Ach, da unten ist einer. Ähm. Ja. Komm, schicken wir da mal ein Auto hin. Es braucht halt nur mal etwas länger. Ja. Ja. Und wie mach ich das hier? Ich mein, hier sind zwei... Äh. Äh. Äh gut, der Autounfall, der hat jetzt noch ein bisschen Zeit, würde ich mal behaupten. Ja, ja moin. Einfach so zwei hintereinander. Warum nicht? Dann schicken wir dort den Heli hin und den Wagen schicken wir mal dorthin. Der ist ja wieder frei. Ja, sieht eigentlich. Jetzt momentan wird alles gut bearbeitet. Ist eigentlich wieder Zeit für einen neuen Anruf, würde ich sagen. Also ich wäre für einen neuen Anruf. Der müsste eigentlich jetzt mal so langsam kommen. Schicke ich das mal dorthin und dann... Ja, 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 sieht alles gut aus. Und da ist der Anruf. 112, was ist deine Anruf? Wir sind in einem Elevator, hilf! Was ist die Anruf, Mann? Es ist... Um, okay. Was ist die Anruf? Wie viele Leute sind da? 4. Es sind 4 von uns. Wie viele Elevator sind in der Geburt? Es sind 2 von ihnen. Ich glaube, wir sind in der ersten. Okay, welchen floor bist du? Ich bin nicht auf jeden floor. Ich bin in der Elevator. Wir helfen uns. Ich verstehe, Ma'am. Ich meine, um welchen floor? Es ist wichtig. Oh, okay. Es geht um und runter, zwischen dem 8. und dem 10. floor. Aber die Tür werden nicht öffnen. Okay, Ma'am. Ich schreibe die Feuerwehr, um dir zu helfen. Bitte, bleib ruhig. Ich kann es nicht mehr nehmen. Tschüss. Sie kommen so schnell wie möglich. Tschüss. Ah, ja. Okay. Also, äh... Eingeklemmten... Ja, was heißt eingeklemmte Person? Eingeschlossene Person im Fahrstuhl. Ja. Ähm, dann kann ich... Ähm, ich will die dorthin schicken. Ähm, der Krankenwagen fährt dorthin. Dann schicke ich mal einen neuen dorthin. Ja, dann... Die Polizei... Boah. Die ist ja echt Arsch langsam. Ich habe hier einen Krankenwagen. Das ist genial. Äh... Radfahrer vom Auto erfasst. Ja, gut. Und droht Lichtmissachten. Ähm... Ich glaube, das Fahrzeug ist etwas langsam dafür. Aber ich meine, versuchen kann man es ja mal. Ähm, fährst du? Okay, du fährst. Perfekt. Ähm, es sieht gerade alles eigentlich soweit gut aus. Ja. Ähm... Den habe ich zwar offen, allerdings... Ja, gut. Ich kann ja den Hele hinschicken. Wofür habe ich den denn sonst? Das ist illegale Software. Gut. Solange keiner festgenommen werden muss, ist das... Loll, der hat es tatsächlich geschafft, der Wasserwerfer. Genial. So, dann gehen wir mal zu dem Anruf. Und dann schauen wir mal. Ja, gut. Die Feuerwehr muss erstmal die Tür aufmachen. Und... Ja, zwei verletzte Personen. Perfekt. Ähm... Sieht eigentlich gut aus. So viel zu viel. Aber... Naja. Ähm... Ja. Scheint dann... Scheint gut zu klappen. Gut. Dann schicken wir da mal das Motorrad hin. Ähm... Wo ist jetzt der andere Einsatz? Ach, der ist hier unten. Oh Gott. 2.40. Roger. Ähm... Äh... Äh... Ja. Ja, ja, ja. Sanitäter. Hä? Äh... Sanitäter benötigt? Äh... Sanitäter benötigt? Hä? Ah... Okay. Komisch. Also die Benachrichtigung ist manchmal echt komisch. So, Polizei schicken wir hin. Äh... Okay. Die wollen anscheinend nicht weg. Ach, die... 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 Autodiebstahl. Da fahren die mal hinterher. Und die Zeit ist auch wieder abgelaufen. Okay. Dann ist sie halt wieder abgelaufen. Sieht eigentlich aber bis jetzt alles gut aus. Der perfekte Krankenwagen übernimmt das jetzt. Und dann ähm... Haben wir eigentlich auch nichts mehr... Wie ist uns hier beschäftigt? Wie funktioniert? Ähm... Ach, lol. War das gerade ernsthaft ne Schießerei? Ich glaub das war ne Schießerei. Wie geil. Also... Ja... Schön ist natürlich was anderes, aber... Ja... Ähm... Was ist eigentlich hier dieses... Was er... Jetzt ist... Dann äh... Ja... Ja... Ist die Schicht vorbei. Nicht gelöste... Rufe... Sind drei Stück? Ey... Was hab ich denn nicht gelöst? Taschendiebstahl, Zeit abgelaufen, Schussverletzung, Zeit abgelaufen, Illegale Software, Zeit abgelaufen... Ja gut... Ähm... Ja... Was soll ich dazu jetzt sagen? Naja... Wir haben... Ein Gewinn in dieser Folge gemacht von 44.000... Kann man jetzt nicht... Kann man sich jetzt nicht beschweren, würde ich sagen. Äh... Also 44.000... Äh... Geht natürlich mehr, aber ich mein, wir haben jetzt zum Beispiel 80.000 zusammen. Davon könnte ich mir jetzt, äh... Eine Polizeiwähne holen oder wieder ein Feuerwehrfahrzeug. Das ist äh... Ja... Äh... Äh... Das ist ein Leiterwagen, okay? Das ist ein... Eine Flugambulanz und das ist ein Wasserwerfer. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Ja... Ähm... Ich speichere jetzt noch schön das Spiel und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung da. Lol. Man kann die gruppieren. Wie geil ist das denn? Ähm... Lasst eine positive Bewertung da. Ähm... Also... Daumen nach oben, Daumen nach unten. Kommentiert, abonniert, ähm... Schaut in der Videobeschreibung nach. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut euch noch ein paar andere Videos an. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann haut rein, Leute. Ciao, ciao!